Niko und ich haben Ferien, darum haben wir uns vorgenommen, jeden Tag einen Song zu schreiben. Also habe ich meine Sachen gepackt und bin dann auch schon los. An diesem Tag haben wir beim Nick die Haie abgemacht, darum bin ich auf Winterthur. Nach der obligatorischen Sinneskrise, was das Leben für einen Sinn hat, haben wir uns dann doch von ein paar guten Tracks inspirieren lassen und haben uns an die Arbeit gemacht. Das ist nach einer brutalen Disco-Kick. Ich mache es nicht. Ich habe nur Bass drumiert. Ich mache mir so etwas an. Jetzt ist da schnell der Bass meines Vertrauens. Ja, geil, Sex. Kannst du das noch dubbeln mit der Edith, oder? Hörst du das? Das ist geil, ich mache mit dem Hi-Hat. Lachen du. Wenn man sich ein rudimentäres Playbag hingestellt hat und immer die eine grosse Frage. Das ist Thema. Und meistens zuerst mal eine blöde Antwort. Einwiesiger Bus tut's. Wenn man sich dann dort mal einen Plan gemacht hat, geht es an das Texten. Und natürlich auch an das Einsingen. Wenn du nicht böse Wörter sagen darfst, hat dir richtig Freude. Ich schicke dir herzliches Fuck you. Später am Tag ist der Janik noch dazu gekommen und wir haben den Song nach Hause gebracht. Zur Feier des Tages gab es den McFlurry. Und wenn ihr euch fragt, wie der Song rausgekommen ist. Sick! Zur Feier des Tages machen denве eleg하죠! Euer Christian ist englisch. Herr Christian ist danke. Jetzt Management ist das Geist. Bis jetzt! god 2012,